Hallo Freunde, ich bin's, euer Vail und wir spielen Soul Reaver. Das letzte Mal haben wir uns durch Möbius Höhlen gekämpft, haben einige Rätsel gelöst, ein wenig auf der Zeitlinie gewandt. Ich hab's ja nicht geschafft, die Videos im Nachhinein reinzuschneiden. Tut mir leid. Müsst ihr ohne erleben. Das ist schade, aber das Spiel ist nochmal älter und Flaps hat sich da etwas wehrgestellt. Macht aber nichts. Wir machen ungehemmt weiter. Das Auto-Video dürfte ich reinschneiden können. Das sollte kein Problem sein. Und jetzt geht's los. Hier wird's schon ein bisschen schöner. Hier ist es raus, ob ein Innen-Dekorateur noch nicht tot gewesen wäre. Und... At last. Ich muss sagen, dass ich mich über Ihre Progresse bin. Ich dachte, dass du hier noch besser wärst. Sag mir... Es hat dich verletzt, um deine Brüder zu töten? Es hat dich verletzt, als du mich in die Abyss verletzt hast? Nein. Ich hatte Vertrauen in dich. In deine Möglichkeit zu verraten. In deine selbst-rechtliche Indignation. Lies. Du kannst nicht alles verstehen. Eternity ist nicht verletzend, Raziel. Als ich in diese Kirche bin, ein Jahrzehnt, habe ich nicht verletzt, die wahrheitliche Kraft des Wissen. Um zu wissen, die Zukunft, Raziel. Um zu sehen, dass die Weg und die Träume von der Infernung in die Infernung ist. Als Mann, ich nie hätte nie so verletzendet haben. Aber wir sind alle so viel mehr als wir früher waren. Gazing out across the plains of possibility Do you not feel with all your soul How we have become like gods And as such Are we not indivisible As long as a single one of us stands We are legion And that is why When I must sacrifice my children to the void I can do so with a clear heart Very poetic game But in the end You offer no more than a convenient rationalization for your crimes These chambers offer insight for those patient enough to look In your haste to find me Perhaps you have not gazed deeply enough Our futures are predestined Mobius foretold mine a millennium ago We each play out the parts fate has written for us We are compelled ineluctably down preordained paths Free will is an illusion I have been to the tomb of Seraphan Cain Your dirty secret is exposed How could you transform a Seraphan priest into a vampire? How could I not? One must keep his friends close Raziel And his enemies even closer Can you grasp the absurd beauty of the paradox? We are the same Seraphan and vampire With our holy wars Our obsession with Nosgoth's domination Who better to serve me Than those whose passion transcends all notions of good and evil? I will not applaud your clever blasphemy The Seraphan were saviors Defending Nosgoth from the corruption that we represent My eyes are opened Cain I find no nobility in the unlife you rudely forced on my unwilling corpse You may have uncovered your past But you know nothing of it You think the Seraphan were noble Altruistic Don't be simple Their agenda was the same as ours You are lost in a maze of moral relativism, Cain These apparitions and portents What game are you playing now? Destiny is a game, is it not? And now You await my latest move Jetzt geht das Der finale Kampf Wollte ich mal probiert haben Ja wenn wir hier stehen Also ist man relativ sicher Selbst wenn er uns trifft Macht es Nicht genug Schaden Um uns Gefährlich zu werden Jetzt kommt der lustige Teil an dem Spiel An dem Endkampf hier Er wird Jetzt nach und nach die Maschine anwerfen Das war eh irgendwie Von aus zu sehen Schlimmer aber noch Die dabei jedes Mal eine Stufe höher So, das Glückste, was man machen kann, ist Die eigentlich in der Mitte stehen und warten, bis man Ich kann ja ungefähr Zeit abschätzen Verdammt Er trifft jedes Mal Jetzt machen seine Blitze und den Reaver natürlich weniger Schaden Was mir ein bisschen sogar zugute kommt Ich bin jetzt ziemlich sicher, er ist dort drüben irgendwo Oh, verhacht man, ich hab ihn schon wieder erlebt Es ist ein bisschen random, wie viel Schaden er macht, aber So Ich glaube, wenn wir ihn dreimal treffen, wobei das dritte Mal Verdammt schwierig ist Ich muss sagen, das ist schon fast unmöglich Ah, das wird jetzt lange dauern und schwierig werden Da oben ist er Da außerhalb meiner Reichweite dort noch Da ist er Ah, das ist immer wieder ganz klavierend daneben Das wird jetzt aber mal schießen und dann spekulierig vor auftaucht Das wäre zu schön gewesen Das ist jetzt wie Lotto-Spiel Von erster rum Ja Ich weiß nicht, ob das ganze irgendeinem System folgt Es ist schwierig, ihn das letzte Mal zu treffen ist sauschwierig Ich glaube, ich folge jetzt mal weiter zu der Taktik, dass ich abwarte, wie sie schießt und dann einfach an einem bestimmten Punkt renne und hoffe, dass ich ihn erwische Oh Ah, hier auch nochmal wieder verkehrt Es ist wirklich am dritten Der dritte Abschnitt ist der schwerste in diesem Kampf Oh Ja, du kommst aus dieses Doris How Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. 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 Gott sei Dank, der Kampf ist vorbei Tollte jedenfalls, normalerweise Du hast mich bereits, Raziel Aber das ist nicht wo oder wie es endet Verworte mehr Verworte bevor dieses Drama komplett entsteht Ich will nicht. Ich will nicht. Be warned, Raziel. Once you cross this threshold, you are beyond my influence. Ich will nicht. Raziel, Redeemer and Destroyer, Pawn and Messiah, willkommen, Timespan soul, willkommen to your destiny. Where time is but a loop, a loose stitch in the universal cloth, a streamer might seize upon a chance a fatal slip and plunge the fate of planets into chaos. Okay, das ist jetzt kein wirkliches Outro Video. Ich suche nur, die Credits jetzt durchlaufen. Ich glaube, die überspringen jetzt auf. Das sind einige Zeitungen, die wir auch in Defiance gesehen haben. Das ist verdammt lauter hier gerade. Daher überspringe ich das wirklich mal zur Abwechslung. Ja, wir sind überhaupt wieder Hauptmenü. Wir haben Legend of Cain's Soul rüber durchgespielt. Es gab ein wirkliches Outro Video, auch kein Grund, irgendwas reinzuschneiden. Ich glaube, sogar diesen kurzen Abschnitt werde ich rausschneiden. Wie gesagt, eines meiner Lieblingsspiele. Ich habe leider nicht alle Zauber gefunden. War auch nicht mehr angestrebtes Ziel. 100% dran, kommt bei einem anderen Spiel, der sich bald mal aufnehmen, wenn nicht bald. Nein. Dann würde ich jetzt auch gleich mal sagen, ich nehme jetzt eine kleine längere Let's Play Pause, bis ich eine größere Festplatte habe. Das wird nicht mehr so lange dauern. Vielleicht noch zwei Monate oder so. Dazwischen werde ich immer wieder kleinere Sachen hochladen. Keine Sorge, ihr müsst nicht ohne mich um eine Stimme leben. Außer ihr schaut die Videos nicht. Es wird kleinere Projekte geben. Vielleicht ab und zu mal ein Isaac Run, wobei das noch nicht mal so klein wäre. Ich werde vielleicht auch zwischendrin mal nicht mehr ganz so oft und nicht mehr ganz so regelmäßig, aber hin und wieder mal Endlich Terranigma durchspielen als Überbrückungsspiel und wer weiß, vielleicht noch irgendwas anderes, wenn ich die Zeit und die Lust dafür finde. Das wird sich allerdings, wie gesagt, alles noch zeigen. Auf jeden Fall werde ich noch Sachen hochladen, aber mit großen Projekten warte ich, bis ich eine größere Festplatte habe. Auf jeden Fall. Das war's. Das war Legend of Cain's Soul Reaver, der fast letzte Teil dieser Reihe. Also nicht fast letzter Teil, fast der erste Teil dieser Reihe. Fehlt mir nur noch Blatt um. Wird kommen, sobald ich die größere Festplatte habe. Da werde ich mal sehr gut zu sehen, dass ich mir so ein Spiel organisiere. Ob Englisch oder Deutsch ist mir dann auch wieder egal. Mein Englisch ist gut genug. Ich hoffe, eure das auch. Damit sage ich... Damit verabschiede ich mich von euch für diesem Projekt und verabschiede ich mich von diesem Projekt. Ich habe mir das Projekt gerade so weit gefallen. Wenn ja, dann nütze ich schon die Júpiter-Kunktion das Abonniere ins Kommentieren und positiv bewerten Sie. Ja, das kann man machen. Und... Dann sehen wir uns bei meinem nächsten Projekt. Das wohl irgendwie ein kleines Side-Projekt werden wird, das nicht so viel Speicherplatz frisst und... Ja. Tschüss!